Heute präsentiere ich euch die Leslie Showbricks, mit denen ihr ganz einfach euer eigenes Feuerwerk bauen könnt. Wer kennt es nicht, verleiten, alles gut und schön, aber manchmal doch nervig. Und mit diesen Showbricks könnt ihr ganz einfach aus sechs verschiedenen Cakes auswählen, diese einfach aufeinander stecken und per Bengalflamme werden diese nacheinander gezündet. Sehr coole Idee, wie ich finde. Im Hintergrund seht ihr die ganzen Effekte auf dem Herstellervideo und am Ende folgt jetzt nochmal der Showbricks Spinning, den ich zuletzt beim Vorschießen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.